Moin Leute, ich bin's Marcel von Kunalko. Heute gibt es zu gewinnen den Don Papa 10 Jahre. Diesmal müsst ihr die Frage beantworten, wie viele verschiedene Artikel umfasst unser Lager. Beantwortet die Frage wie immer unten in den Kommentaren und im Namen von Kunalko wünsche ich euch ganz viel Glück und frohes Fest.